Hey, ich bin Nerd Play und ich begrüße euch zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal, zusammen mit GamerFlo. Servus! Wir spielen LS22 und zwar das Projekt Frankreich. Und in dem ist es unser Ziel, dass wir die neuen Features des neuen S-Teiles uns genauer anschauen werden. Und dafür haben wir jetzt einen Hof vorbereitet. Und für diese Folge haben wir uns vorgenommen, dass wir Steine sammeln und Kalk streuen. Genau. Genau. Dann steige ich in den Macy Ferguson und du in den Fendt. Hä? Wieso ist es ein, zwei ein Blinker und zwei auch? Ach so, ach ich bin blind. Du hängst am Schneiderwerk. Der Profi. Jetzt aber. Das ist ja mal ein bisschen Vorsprung. Dankeschön. Hast du schon mal Steine gesammelt? Ja, aber ich mach das mit dem mach ich das nie so. Ich mach das lieber mit dem... Wie hier ist doch. Hm, hm, hm. Mit dem... Profi. 550. Das ist mit dem letzten. Ah. Das ist ein Fixer, oder? Nein. Das ist bei mir ganz ein bisschen blöd mit der Achse. Hm. Ne, mit dem mach ich das lieber. Glaube ich dir. Können wir ja schon mal GPS vorbereiten. Das bringt ja nicht ganz so noch eng da. Bringt Steine eigentlich viel, gell? Nö. Das ist so auf die Menge her. Ich denke, das ist auch nicht so viel. Ich verarbeite die Steine zu Kalk. Ah. Es gibt einen Mod und da kannst du das machen. Ah, okay. Das heißt, der mal bei der Nimmermannsthal macht, oder? In der Folge. Genau. Ja, genau. Was ich gut finde, ist jetzt beim Shop, beim Verkaufen, da kann man jetzt auswählen, was man verkauft. Ja. Weil das habe ich im LS19 immer geschafft, dass ich nicht das in die Zone bringe, was ich gebraucht habe. Der Profi. So, Steinesammler und den ganz teuren. No. Dann haben wir genau 100.000 und 50 Euro. Läuft. Jo. Ah, hoffentlich schafft es mein Macy Ferguson. Wieso soll er es nicht schaffen? Hm? Wieso soll er es nicht schaffen? Äh, also, es war eine Frage, das habe ich nicht verstanden. Entschuldigung. Äh, weil der ist der kleinste Macy Ferguson ist, von den moderneren, und der nicht, also der hat weniger PS als wie der Fan. Und der Fan kämpft sich auch gerade hoch. Genau, und deshalb wäre es gut, wenn man den ein bisschen hochmotzen vom Bruder. Hm? 20.000, dann habe ich rund 145 statt 105. Ja, das macht schon was aus. Hat jetzt ein bisschen was gekostet. Hast du den Fendt auch nochmal, ist der volle Stufe der Fendt, oder nicht? Äh, der ist, glaube ich, eine Stufe höher. Oder standen. 300er. Ja. Ah, den können wir auch noch aufmotzen. Das kostet ja nicht so viel. Hoftmann. Hm? Hoftmann. Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh, Junge, der braucht ja gar keine FPS. Äh, FPS, genau. PS. FPS? FPS, perfekt. Der fährt ja schneller als der andere, hat eine größere Arbeitsbreite und ist generell besser zum Handhaben. Ja. Jetzt weiß ich, wieso du den, äh, immer nimmst. Naja. Der macht sich schon ganz gut. Nio. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like bei dem Video da, abonniert unsere beiden Kanäle. GamerFlo, sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.